Hallo und willkommen zur neuen Folge Backpack Battle. So, wir haben hier einen eigentlich sehr beknackten Kackstart. Nehmen wir das Schild mit. Da wollen wir jetzt glaube ich so einfach. Eigentlich will ich davon nichts haben. Also die Brattfanne würde ich nur mitnehmen, wenn ich auch einen Besen dazu habe. Wenn wir gleich eine Schaufel machen könnten. So von der Türe her. Wir haben 8 Gold. Kannst also 2 Adams kaufen. Oder so. Oder halt so, so und so. Piggy Bank gibt uns halt Geld. Wenn wir das jetzt kaufen, dann verlieren wir auf jeden Fall die erste Runde. Das ist keine Möglichkeit. Eigentlich müssten wir das ja für die Generation sein, um die erste Runde zu gewinnen. Deswegen machen wir es auch einfach. So, einmal so. Und die Regeln auch wohl. Ne, ganz ehrlich. Nehmen wir die Tasche mit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will die erste Runde schon safe gewinnen hier. Das ist für die wahrscheinlich. Da sind wir noch eine Umsetzung sollen. Lassen wir es nicht verlieren. Danke schön. Da ist ein Stein. Da ist ein Stein. So. So, ne. So. Genau der Stein. Ne. Aber noch ne Tasche jetzt. Besen für zwei. Können wir gucken, ob wir vielleicht wieder hier irgendwie rauf gehen. Ich glaub den einfach mal, wenn der schon ein Sail ist. Einfach halt eh noch keine andere Waffe außer Schwert. Von daher wäre es schon irgendwie notwendig am besten. Der hat auf jeden Fall schon all the damage. Aber wir haben äh Food. Der kann jetzt damit noch, weil da haben wir zu viel verbraucht. Besen. Besen. Besen, Besen, Besen. Besen, 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 Besen. Besen, Besen, Besen. Ja, durch und da schweigen wir auch noch ein Ding, ne. dann sollten wir wahrscheinlich nicht gewinnen und das schwert das hat ohne schaufel dazu das hätten wir auf keinen fall gewinnen können ich hätte auch ein bisschen karte gebaut hätte ich da in das schwert damit haben müssen kartendeck stadt und das einfach damit ist am besten gefüttert rein da wäre ich schon keine aber wieder so das gift jetzt mehr oder die zehn prozent auf der bananen und das dinge ich hätte mir jetzt die prozent müssen wir noch nicht dann lieber so sie die aber vielleicht schnell generieren ich habe den arbeit und wieder bedarf und karten denken dass wir die nützlichen karten bekommen können gewinnt er leider das hat man damit gehen wir das gut mein wirst du ganz gut ja ich kann das schwein dafür wieder verkaufen weil von der türe ist jeder edelstein der was kommen wir auch gold wird dann verkauft ich habe wieder und oder edelstein wollen und ich brauche nicht verkaufen noch heute habe ich ja gerade nichts was sie sonst kaufen will dafür sei das jetzt noch jetzt vielleicht noch so ein stein bei gewesen wo ich kann jetzt trotzdem schon mal verkaufen verkaufen wir schon mal die tasche ein für nächste runde ja da hat er mich gerade versucht noch mit den stein dazu tun mit seiner tasche und kuba zusammen was ich verarschen ist das denn das kostet aber unser komplettes geld was wir haben da wir auch wieder das teil vielleicht gehen wir doch wieder auf ihn hier ein scheißer und besen oder nehmen wir dich mit bei drachen wäre schon geil noch dazu früh allerdings nächste runde 4 hat eine runde 6 hätten wir den drachen dünn bei 6 winds das ist eigentlich geil wenn der im angebot ist oder so oder die seite ist einfach nicht ich glaube ich glaube der wir auch auf leiter wird gehen wir schon nach das verkauft normal und der tors wäre nicht schlecht für ihn später noch eigentlich brauchen wir jetzt erst wollen wir jetzt erstmal unseren drachen wir haben wir brauchen noch mal platz eine billige tasche das ist nicht billig dann verkaufen wir jetzt dich und wieder ein stein ne ich hab ja noch gold eigentlich gerade zwei wahrscheinlich das ist gut dann machen wir jetzt so und so und dann machen wir die glauben wir noch glaube ich dann können wir nicht so wollen wir noch ein gift durch machen ne kacktränke ey das hätte ich nicht gewissen hätten wir gewonnen gut dann gehen wir aber wieder für den lifestyle einfach finde ich ja wie er mit am geilsten einfach und das ding das ich fliehe jetzt mal in die bilds davon aber es ist einfach nur er plus vier fünf jeder stein für diesen komischen kack jeder stein da gewinnt einfach nur ne da von denen da auch dumm einfach nur ne sooo dann passen wir da nicht rein so wie ich gerade gebaut hab doch so manakarte brauchen wir jetzt nicht unbedingt das ist jetzt einfach nur die karte gut die wir finden haben die gerade ist quasi die spikes auslöst machen wir jetzt erstmal so und sobald die flasche weg ist machen wir dann so dann halt für jetzt gerade so machen wir wieder go ganz aufwendig getränke hier zunehmen mein gut der neuer tatsächlich dichter glaube ich denn noch weg und tun die drachen da unten noch mit rein ich kann sich da das mit so die rüstung wäre auch schön wenn man sagt findet findet die heilige rüstung das schütze haben ist nicht so geil wie das die rüstung das schild dann wird noch sieht das heilige schild dazu bekommen und wir den ort wie das drin ist das ist eigentlich schon eine geile kombo oder wenn wir das schwert hier aber ja mal nur der was und vielleicht noch zu rauf zu passen aus das läder steht an sich ein bisschen der das sammeln müssen und so am besten vielleicht da habe ich das jetzt eigentlich nicht haben machen wir so und so einfach mal jetzt habe ich dir über so einzelne felder frei so auf jeden fall dann da so 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 einmal gegner steilung gefährlich an ohne schlecht ich hoffe dass er irgendwie auf den haus ist ja noch die peitsche wieder bekommen also meine hoffnung ich will welche oder haben wir jetzt gerade überhaupt die erste reisdauer die ehemaligen sind weil ich sagen soll wenn ihr bis zur 10 runde die peitsche nicht bekommen dann werde ich glaube ich aber nicht weitermachen weil dann sehe ich uns zu sich nicht die chance im black game zu gewinnen aber so wenn wir ein bisschen gift drauf können die posten auch mitnehmen tja aber sehen dass er wenn er bräuchte nicht die portion hier wenn schon denn schon vielleicht kriegen wir noch einmal einen lackig stein nehmen wir einfach mal mit und an sich dann machen wir sonst dann machen wir erstmal den dahin den dahin und den dahin und go so ich brauche hier zwei stein dafür oder brauche ich einen stein dafür ich brauche hier nur einen stein später das ist toll aber unser gift stack immerhin unser gift durch und da und da und da so gift haben wir schon gut dabei wenn ich das gewusst hätte weil ich so viel gift hier nachher habe durch den ganzen edelsteinen sowas noch dann hätte ich wahrscheinlich das andere teil gebaut was uns durch debuffs crit chance gibt und so wir können auch den anderen durch machen den mann ja was wäre das ding hier speckle digger und dann können wir noch machen auch noch eine tasche dafür am besten das ist keine tasche ich glaube noch mal gibt oder das könnte ich auch überlegen als ob wir einfach noch ein pausen machen da steht ja bei weniger was muss ich damit jetzt auch anfangen den wir wollen wir nicht haben der bringt ihr so viel denn über die peitsche das heißt du bist leider auch nichts weil man da brauchen wir nicht das könnte einfach wollen ja naja sonst gar nichts reicht auf jeden fall dass wir das hier mitnehmen können ich habe jetzt noch einen stein dafür kann ich das auch schon wieder verkaufen weil ich kann es dir sagen das schwert an sich bringt gar nicht so viel wie dann musst du das auf jeden Fall daraus machen oder das da ich weiß nicht ob ich noch zwei Handschuhe bekomme das gefühl könnte ich das eher verkaufen oder so und dass wir da mehr Platz haben wir doch nicht einfach mal wenn wir noch haben wir eh nichts anderes im Sinne überlegen wir uns nicht so ein Urlader oder? eigentlich irgendwie ja nicht wahrscheinlich einbehalten so wie auch irgendeinen stein verkauf und den dann bei einkaufen aber ne haben wir auch gewonnen mehr Gift mehr Platz da ist unsere Peitsche nehm ich jetzt die eine Runde lang die Peitsche mit und weil sie in meinem Bild einfach platt weg aber das geht wahrscheinlich gar nicht ohne dass ihr so platt zerstört von der Seite für die eine Runde dann machen wir jetzt erstmal eben hier so der Drache wäre glaube ich schon aber aufwichtig dass wir den behalten genauso wie du würde ich ja endgültig verkaufen jetzt sieht das eigentlich von der Trio dafür ist die Frage ich bin dumm und gleich dafür das heilige Schild ich würde das Ding müsste ja eigentlich ne aber das ist furchtbar ich würde das eigentlich auch nicht mitnehmen ok ich könnte wahrscheinlich wieder hart verlieren einfach weil wir zuviers damit haben aber wo ist haben wir es dann mit der Probleme war sogar knapp aber ja wie gesagt habe ich zwar es haben wir noch ein Leben ne wie aber ich habe fast mit gerechnet dich noch dann nehme ich da mit dann nehmen so dann nehme ich noch da rein sich da hin noch ja beziehungsweise so das darauf das darauf das darauf das darauf das darauf dass das gesehen ist wir haben jetzt keine Ananas das ist eigentlich trotzdem nicht weil wir trotzdem falls wir überhaupt noch die 10 mit schaffen würde ich trotzdem da wahrscheinlich aufhören diesmal ja wir waren aber noch praktisch weil du hast auf jeden Fall noch einen en Text wieder als wie du meine Gegner wirst ja weil ich das gerade kann auch noch irgendwie keine Karten gekauft ne aber irgendwie kann auch keine ich kann eigentlich nochmal so und so machen der drach hat er noch irgendwie mit drin ist so ein bisschen Gold haben wir ja noch da wäre wieder der Rüstungsdrache aber die Rüstungssache fehlt jetzt irgendwie nicht ganz so nice aber keine Ahnung ich kann mir echt bessere Karten vorstellen ich glaube ich kann jetzt 12 Rüstungen einmal 5 für jede Karte aber irgendwie fühle ich das nicht so ganz die nochmal mit der hat ja krass aufhören immer die Karte zu kriegen ey was ist denn hier los was meine Fernseher würden wir ja mit immer die Songs generieren ne kommen wir nehmen das jetzt mal mit was soll's hat gereicht das macht es zu uns aber nur wieder eine Karte vor uns ne wir brauchen eine Karte halt nur gerade ist aber eine gute Karte denn ich hoffe ich das ja jetzt mach hier oben ist ja eben ist drin wenn wir ja mal so machen so 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 vielleicht würde das trotzdem aufhören weil wir einfach irgendwie für die anderen dass wenn die anderen das reitte für die Sons oder wie auch hier wenigstens noch wer sagen wenn ich mal das schildert so wie sie sind live die op ok aber das bin ich aber zu incompletten komplett inkomplett ja also war schritt aber weil da wer das denn ist sogar noch aber trotzdem wenn dann würde ich mal bild der schon gerne haben bei mir fehlt man heiliges schild den europa haben wir jetzt und mir fehlt mindestens eine Ananas dann hätte ich gesagt ok als welch wenigstens zwei Sachen davon aber so dinge ist dass wir auch als nächstes runde dann und nee 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 ja was sind wir sehr mit bei messen und häusen müssen folgen so wenn wir jetzt auch was aber raus kann natürlich auch sein also diese war es auch schon recht knapp dann auf dann für das zuschauen und bis zum nächsten mal